hallo zocker freunde weiter geht's in dragon age inquisition das letzte mal haben wir hier drin ordentlich aufgeräumt haben da so ein riesen platt gemacht aber wir sind ja noch nicht ganz fertig wir haben da nämlich moment hier noch mal da muss man noch mein wegen der dunklen brut das machen wir wieder weg dann haben wir ja hier noch die scherben die wir noch sammeln wollen gelle was ist das hier wasser schmeckt komisch okay da müssen wir wahrscheinlich auch noch hin das sind auch noch scherben okay aber erstmal wollen wir hier hin wir wollen da mal hier mit der dunklen brut so ein bisschen aufräumen ja und in die truhe an dem er gerade vorbei gelaufen sind hatte gehofft sowas sehe ich nie wieder die man das letzte mal schon durchsucht okay davon spricht alter schwede komm schon mach platt das ding haus um haus um und der kommt da auch noch dazwischen janni ist klar hier erstmal den schutz nach da vorne geben ja und das haben wir natürlich nicht aufgeladen jetzt okay okay ich muss mal so ein bisschen hier weg weil ich habe denen den schutz gegeben das warte mal ich gebe dir noch ein bisschen gift darauf vielleicht können wir damit noch ein bisschen was anfangen so und wir brauchen da noch mal schutz drauf auf die zwei bei dieser sofort mit drin kämpfen es wäre blöd wenn die jetzt da sterben müssen okay kommt schon kommt schon ein bisschen feuer noch mit rein hey hau nicht ab man alter schwede was für riesen felsen der da bewegt oh die hat aber ordentlich eingegeben kann ich noch mal schutz nein jetzt ja ich habe nur sie reingekriegt das ist aber blöd das ist auch blöd ich habe gedacht ich kriege da beide rein so und wo ist der andere okay wir haben sie wohl beide platt da kann man noch mal plündern okay was die alles bei sich haben ja nee ist klar noch ein drachen hinterher wir haben ja auch sonst nichts zu tun gelle ja komm du mal her kannst du eh nichts machen halt hier noch mal schutz drauf weil es gerade gegeben ist dass alle zusammen sind finde ich voll gut gar nichts geht auf dich das war ich weißt du nicht vergessen wer ihr geld ist so da ist noch was so schauen wir da mal ein berg kristall ok nehmen wir mit dann wir wollen da weiter ich hoffe hier sind nicht noch mehr riesen riesen nicht aber drachen ok machen wir dennoch alle komm schon komm schon den schaffen war den schaffen wir ganz easy peasy halt erst mal hier ok machen wir hier vorne den schutz mehr hin solus kriegt da denke ich mal nicht so viel ab weil der steht ja hinten bei mir komm schon und plündern und ein paar schuppen haben wir dem die schuppen poliert dann schauen wir mal ob wir da irgendwie rum kommen aber ich glaube nicht dass wir da hoch kommen wir werden da wahrscheinlich außen rum müssen ich will mal hier gucken kommen wir da irgendwie oh da ist noch ein riss ok gut dann auf zum riss jawohl haut sie um haut sie alle um macht sie weg hey hast du gerade auf mich mit dem grün zeug geschossen glaube ich ja wohl nicht ist echt nicht wahr komm schon hau rein da wo ist der rest komm schon irgendwo kommt er mit sicherheit noch welche sage ich doch halt bevor ihr alle abhaut erstmal schutz hier rein wusste wo ist denn wo ist denn der zwerg ach da hinten ist er den habe ich jetzt gar nicht mit rein gekriegt das ist saublöd komm schon da da ist irgendwo noch einer so und das da machen wir jetzt zu ein riss weniger jawohl ja die haben auch eine menge fallen lassen so mächtige feuer ist denn es ok profit das hatte ich glaube ich auch noch nicht macht plus 2 ok das heißt wir haben schon wieder mehr macht so geht es hier irgendwo hoch das sieht nicht so aus mich würde echt mal interessieren wie wir da hoch kommen soll kann man da irgendwie so die hüpfen und so da kommen wir nicht rauf wir sind da so nah dran aber kommst nicht durch das ist echt unglaublich halt warte mal da ist was da ist was und wenn ich wieder noch mal so ich würde da gerne mal darüber ne kommt ne da kommen wir nicht hin da ist aber was das muss doch irgendwie dahin gehen da ist was da ist so ein kelch ich habe keine ahnung wie wir da dran kommen sollen ne wir können da nicht hin da hinten ist auch noch mal ein riss was diese alles voller risse ist ja echt krass ich versuche da mal rum zu kommen vielleicht schafft was darüber irgendwie es könnte könnte dahin hauen wenn ich da immer so ein bisschen hüpfe so nee da kommen wir nicht rum ne kommen wir nicht rum ok schafft man nicht schafft man nicht aber da müssen wir doch irgendwie hinkommen das nochmal so zum fuchs teil oder was auch immer das darstellen soll ich ich weiß nicht fennecke oder wie das ding heißt und da sind noch mal solche soldaten die mit sicherheit auch ärger machen ja das sind solche sehe ich schon wenn da ein roter balken oben drauf ist was du willst den krieger du kriegst den krieger nicht mein krieger ich würde gerne hier so ne was ne ich habe das falsch genommen hier das hätte ich gerne so langsam muss aber umfallen so jetzt will ich mal schauen hier ist nichts die haben nichts fallen lassen das ist echt hart gut dann gehen wir da weiter kann man da irgendwie ich will mal hier durch ich will mal hier durch was da schauen hier ich glaube da können wir irgendwo durch das sind diese teile ok sieht 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 gut aus sieht gut aus da können wir glaube ich rein ok dann nehmen wir das hier ein würde ich sagen hier komm schon hause um moment ich muss ein bisschen näher ran hier was wie helft mir du bist doch noch gar nicht wirklich fertig hier so erstmal hier ein bisschen schutz noch ein bisschen heilung nehmen so kriegen wir den da oben alt schutz da oben rein genau und ich hoffe hier der solis der kommt ein bisschen mit da bin ich mir sicher da haben sie ja gut geplättet aber da ist noch wer da ist noch wer da muss noch einer sein das war alles okay plündern wir mal okay schnee sturm schneise ok da können wir noch was kraften egal wir nehmen alles mit lesen ist das viel ja das ist viel ich das mal langsam runter dann könnte das video wieder auf pausen machen und durchlesen so ok schließen wir das dann will ich aber ich will mich ja weiter umschauen das ist mit sicherheit noch nicht alles was wir hier finden hier ist da genau das hier wird uns auf einem der steine befindet sich ein fragment befindet sich ein fragment einer inschrift letzter schritt der zivilisation vor dem abgrund ok ja ob wir so am abgrund sind das weiß ich nicht glaube ich nicht hier ist nix ok er atmet noch der karl ist zäh das muss ich ihm lassen was überlebt ihr inquisitor ich will ihn leben sagt ein paar männern sie sollen ihn mitnehmen ich befasse mich auf der himmels feste mit ihm ja ich denke das könnte noch interessant werden das heißt das haben wir abgeschlossen aber da ist ja noch mehr und ich will da irgendwie hin nur wenn ich hier jetzt rüber hüpfe komme ich vielleicht da nicht mehr rüber habe ich die befürchtung das heißt es muss ein anderer weg muss dahin gehen kommen wir da irgendwie rauf ich fürchte nicht nee ich will da irgendwie darauf da drüben über a da ist eine leiter das leiter klettern wir mal rauf weil ich will mir den rest auch noch so anschauen ok da kann man nicht rüber aber hier ist eine truhe können wir plündern ok nehmen wir mit hier nochmal rauf hier noch irgendwas ja da da sind noch mal drei zwei drohen zum plündern rüber langbogen ok ja gut da haben wir noch mal zwei pläne aber was ich eigentlich will ist da drüben rüber wie komme ich da überall hin das ist die frage ich gehe noch mal hier rauf wenn wir mal von oben schauen wenn es irgendwie geht so moment ist da irgendwie nein 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 das hat wehgetan das hat das war nicht der plan ganz und gar nicht das weiß saublöd aber hey vielleicht ist das der weg der uns darüber führt dass wir hier vielleicht irgendwie rum kommen was war das denn ok da haben wir die map grenze wahrscheinlich erreicht ich wollte gerade schauen ja das ist wohl die map grenze würde ich behaupten da ist noch ein fragezeichen keine ahnung auf jeden fall hatte mal kommen wir da irgendwie rauf das war vielleicht von da moment das sieht gut aus das sieht sehr gut aus weil ich will da hinten zu den ach mist nee da kann man nicht rauf das ist aber doch jetzt gut weil ich will da nämlich mal rüber hier da will ich hin ok was haben wir hier echobrückenschlucht ah wir müssen hier ein bild wieder machen ähm ok das wäre zack 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 wir müssten da anfangen zack 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 und dann da runter also so 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 dann müssten wir da runter dann da 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 ne da da dann moment mal das bild haben wir ja aaaah da habe ich wohl Mist gebaut da habe ich wohl Mist gebaut so nochmal also wir fangen da an so 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 dann müssten wir da runter dann da 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 ähm ne das ist ja auch blöd nein nochmal also ich bin mir sicher dass wir hier so anfangen müssen dann hier runter dann muss ich schauen ähm darunter 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 darauf 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 darüber und hier jawoll hey hey gut dann haben wir das auch fertig sternbild satinalis ok wenn ihr das so durchgelesen haben wollt einfach mal wieder auf pause machen ok da haben wir hey da hinten sind dann die anderen gut aber ich will mich hier mal umschauen blinder blinder wir das ok spielzeug soldat moment war da noch was nein da war nix da war nix gut machen wir uns hier weiter da da ist was ich weiß nicht irgendwas ist doch da da ist ein komisches symbol weiß nicht ok das ist irgendwie so marktstand wir hier trotzdem mal weiter schauen echo brücken schlucht naja gut ok wir müssen aber noch woanders hin oh die warten schon auf uns kann man hier irgendwie unbeschadet runter ja das sieht gut aus dann hüpfen wir hier runter hoppala genau das sieht gut aus dann holen wir uns die da oben noch wir haben jetzt auch mehrere ziele wieder ach ja das sind ja diese astralien in den geraden oi ja mit euch habe ich jetzt gerade nicht gerechnet komm schon mache ich damit überhaupt schaden ich sollte vielleicht auch mehr auf den hier gehen jetzt scheiße sagt er einfach was ist das für eine ausdrucksweise sag mal hatte ich deine mama nicht erzogen ok ok gucken wir mal weiter da will ich hin da will ich hin mal gucken ob wir da rauf können aber das sieht eigentlich recht gut aus ja das sieht aus als könnten wir da hin so hier oben drauf bleiben sonst muss ich da nämlich nachher hoch hüpfen das wäre blöd so da jawoll ja die kriegen wir was willst du du willst gar nichts das ist erstmal ordentlichen blitz reingehauen so machen wir hier vorne so jetzt habe ich die kriegerin nicht rein gekriegt ach komm hier jetzt fall aber mal langsam um hier gibt es ja nicht so hier ist nichts mehr so da ist nochmal so ein teil da können wir nochmal solche ähm dinge finden solche scherben da ist einer irgendwo muss noch was sein na da haben wir zwei und da ist der dritte gut dann haben wir die drei gefunden aber kümmern wir uns erstmal um diesen riss da warte mal hey beanspruchen steinbruch gefunden ok hier gibt es keinen text zu wundert mich so und hier haben wir noch eine schlucht ich heile mal vorsichtshalber so und dann haben wir das mal da vorne schon mal rein so und wieso hat er jetzt nur mir den schutz gegeben sag mal bist du noch ganz sauber die brauchen den schutz hier du bist ja wohl nicht ganz dicht hier so weil ich bin doch weit weg von denen echt mal genau frisst dreck jetzt habe ich nur sie rein gekriegt warum seid ihr eigentlich so weit auseinander wieso kämpft er nicht was ist los mit dem so oh hier sind aber sehr starke jetzt und sie sind alle so blöd verteilt moment moment hauen wir das mal hier so so jetzt aber und hier nochmal schutz das wäre vielleicht ganz gut kriegst du alles so rein ich hoffe ne nur mich und die kriegerin habe ich rein gekriegt das ist blöd ich wollte den zweck eigentlich auch drin haben so den haben wir geschlossen und ich hätte vielleicht ähm das das mal des risses gar nicht gebraucht so also die risse haben wir wohl alle hier geschlossen gut macht plus zwei okay schattenessenz da war noch was meine ich da genau da leuchtet's so ring den verbessern des schneeschirms okay gehen wir weiter wir haben ja da noch zwei punkte die wir anlaufen müssen und wenigstens eine will ich noch halt warte mal das nehmen wir mit laserit was gut dann weiter kommt leute wir wollen da weiter können wir da überhaupt weiter ja moment mal wo müssen wir eigentlich dahin ähm okay griff und flügel fest astrarium wir müssen da irgendwie hin reisen wir dahin sparen wir uns eine menge weg das ist doch eigentlich die idee so das heißt hier irgendwo muss das sein da hier waren wir doch schon gut probieren wir das schauen wir uns das mal an hm hm das sieht äh sehr kompliziert aus moment mal das ist der Hauptpunkt ich da hochgehe so zack zack wieder zurück nee moment mal soll ich das machen das ist äh so, so, so. Nee, das haut ja nicht hin. Wenn ich hier oben anfange, ist, ähm, Moment mal, so, so, so. Dann hier rüber. Ich muss unten anfangen. Also erst diese drei. So. Dann darauf, darüber, darunter. Nee. So. So. Hier rüber. Runter. Nein, das bringt's ja nicht. Ich muss irgendwie von diesem Punkt aus. Nee, das bringt's nicht. Neustarten. Moment mal. Ich muss irgendwo hier oben anfangen. Zack, zack, zack. Da hätte ich das Dreieck. Dann hier rüber. Nee, da komm ich ja auch nicht hin. Wenn ich erste Linie mache, bringt's auch nichts. Zack, zack. Da hätte ich dieses Dreieck. Nee. Hier runter, da rauf. Hier rüber, da runter. auch nicht. Das ist gar nicht so einfach. Da, da. Hä? Hier ist irgendwie ein Stern mehr, oder bin ich blöd? so. 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 Nee, das sind diese zwei. Hä? Ich hätte... Moment mal. Wie käme ich ja dann darüber? Da hätte ich das. Das wäre... Dann hier unten. Ah, dieser Stern irritiert auch. Äh, aber ich bin in der falschen Richtung unterwegs. So, so, so. So, so. Nee, auch nicht. Das ist echt übel. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Ja, da komme ich aber nicht mehr zurück. Das ist blöd. Machen wir hier, 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 äh, hier, hier, ne, dann kommen wir aber da nicht mehr runter, kommen wir da nicht mehr runter. Das ist auch blöd. Es muss irgendwie von diesem Punkt ausgehen, habe ich das Gefühl. So. Nee, komme ich hier auch nicht. Dann kann ich hier das noch schließen und dann war es das. Vielleicht komme ich hier nicht mehr zurück. Puh, äh, das ist echt schwierig. So, so. Nein. Von da nach da, hier runter, wieder rauf. Hier rüber. Ah, ich glaube, ich weiß wie. Von da nach da, hier runter, wieder rauf. Genau, hier rüber, dahin. Dann dieses Dreieck machen. Genau, hier rüber und zack. Genau, jetzt haben wir es. Fertigstellen. So, und wieder einmal scrolle ich langsam nach unten, damit ihr das in Ruhe lesen könnt. Wie gesagt, wenn es zu schnell ist, einfach auf Pause machen. So, dann haben wir den zweiten. Da fehlt aber noch einer. Nämlich hier hinten. Dann würde ich sagen, machen wir uns von dort aus dahin. Weil hier kann man ja sonst nirgends direkt hinreisen. Ne, da kann man nicht direkt hinreisen. Ne, das haut nicht hin. Aber wenn ich da jetzt hinreise, dann reisen wir in diesen Ort. Und das möchte ich nicht. Das heißt, ich möchte schon irgendwie... Dann nehmen wir uns von dort ein Pferd. Das Pferd heißt Pferd, weil es Pferd. Ja, das hätten wir auch geklärt. Okay, ähm... Heute Hü, danke, dass du gekommen bist. Und dann schauen wir mal, dass wir da hinkommen irgendwie. Gut, dass wir das eingenommen hatten. Dann, äh... Moment, wie muss ich denn jetzt reiten? Ich muss, äh... Nein. Das da ist... äh... Blödsinn. Ich muss da rauf. Das heißt, ich muss da irgendwie hin. Nach rechts rum. Das heißt, gucken wir mal, ob wir da irgendwo rechts rüber können. Ich fürchte, dass das nicht so einfach sein wird. Ich will mal gucken, ob ich da irgendwie hoch reiten kann. Aber ich glaube nicht. Und da ist natürlich auch ein Drache. Ist klar. Können wir an dem vorbei? Nein, können wir nicht. Den Drachen hätten wir fast runtergeschmissen und wir müssen hier weg. So blöde Sache. Nein, da kommen wir nicht rum, behaupte ich mal. Ähm... Da müssen wir irgendwie anders da rum. Müssen wir irgendwie anders da rum. Ich weiß nur noch nicht, wie. Hier kommen wir nicht hoch. Oh! Echt jetzt? Ihr habt echt nichts Besseres zu tun, ihr Viecher, oder? Meine Fresse! Moment, hier noch ein bisschen Schutz rein. So sollte ich alle reinkriegen. Naja, bis auf Solos, aber der steht sowieso auf Abstand. Kommt schon! Komm, halt noch mal Schutz! Und weiter geht's! Genau, den ersten haben wir. Und da ist der zweite. So, wir nehmen natürlich alles mit. Hier auch noch mal. So, dann muss ich schauen. Wie ich da hinkomme. Da hinten wird's nicht hochgehen. Ähm... Irgendwie muss es da aber hingehen. Irgendwie! Irgendwie! Weil da hinreisen kann ich nicht. Weil dann lande ich ganz woanders. Saublöd. Da sind wir hergekommen. Ähm... Wie kommen wir da hin? Das ist die Frage. Vielleicht muss ich auch von hier dorthin. Ich hab' keine Ahnung. Das ist echt, äh... Das ist gerade etwas schwierig. Sehr schwierig. Weil irgendwie muss es doch dahin gehen. Ich probiere es jetzt einfach mal reisen. So. Ähm... Tja, das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Wir sind da hingekommen. Wir sind da hingekommen. Wo wir auch hinwollen. Zumindest in die Nähe davon. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Ja, das ist hier. Da ist das Teil. Jawohl. Jawohl, da ist das Teil. Dann haben wir alle drei. Ja, ich überziehe schon wieder gewaltig. Ist klar. Egal. Wir machen das noch. Das will ich noch mit rein haben. So, okay. Das ist ja auch schon wieder so ein kompliziertes Ding. Ähm... Dann... Also... Fangen wir hier an. Darauf, darunter. Hier rüber. Nee. Warte mal. Darauf, darunter. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Da hätten wir das Dreieck. Ich habe da so eine Idee im Moment. Darauf. Darunter. Hier rüber. Dann hier rüber. Dann, äh... Dahin. 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 Da. Und da. Hey, auf Anhieb. Auf Anhieb gleich hingekriegt. Wow. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Gut. Sternbild Fenrir. Und wieder einmal scrolle ich langsam nach oben. Dann haben wir das nämlich auch. Dann haben wir die Astralien in den Graten haben wir auch erledigt. So, das heißt, da ist irgendwo was versteckt. Ich will mal gerade schauen. Das ist irgendwo. Äh. Das ist immer diese Dinger. Ich versuche mal mit rechts. Da reisen wir hin. Ah. Sehr gut. Ne. Ich habe gedacht, dass ich bei diesen Punkten, wenn ich da hinreise, durch wie so ein Portal, so in eine andere Welt gehe. Also bei diesen hier, deshalb wollte ich das erst nicht nutzen, aber hey, okay. So, das heißt, wir haben, das war doch da, wo wir nicht durch die Tür konnten, weil das verschlossen war. Und das haben wir jetzt durch die Astralien sozusagen geöffnet. Und das heißt, das muss hier irgendwo sein. Ähm. Wir sind direkt an dem Punkt. Hier ist der Punkt. Okay, das heißt, hier muss irgendwo, da, da, das sieht nach Höhle aus. Riesentreppe. Okay. Okay. Gehen wir rein? Ja, würde ich sagen, ne? Gehen wir hier rein. Aber was uns in dieser Höhle erwartet. Welche Monster auf uns zukommen, welche Schätze wir finden, all das und noch mehr erfahren wir in der nächsten Folge. Ich sage, bis dahin und tschüss.